Moin Leute, heute habe ich eine neue Folge So schlecht kann man nicht fahren für euch. Wenn ihr mir eure Dashcam Videos senden wollt, könnt ihr das an die jetzt eingeblendete E-Mail Adresse machen. Legen wir los! Ein Fuß aus dem Fenster halten ist nichts dagegen. Solche Fahrer gehören wirklich hinter Gittern. Was geht bei denen im Kopf ab? So etwas habt ihr bestimmt noch nie gesehen. Auch wenn die einen Einsatz haben, dürfen die so nicht überholen. Das gibt bestimmt Ärger. Wenn man nicht fahren kann, sollte man es lassen. Das war eine heftige Reaktion. Sieht so aus, als ob seine Bremsen nur einseitig funktionieren. Was sagt ihr? Wie viel CO2 wurde in die Luft geblasen? Stellt euch vor, das passiert auf der Autobahn. Und alles fliegt. Kann man so machen, bis man angehalten wird. Wie haben die anderen Fahrer das gesehen? Da ist noch nicht mal ein Hinweis. Kurz gedacht, dass er das geschafft hat. Wie frech kann man sein? Erst den Wagen wegschieben und dann in Ruhe einparken wollen. Zu früh gefreut. Zu früh gefreut. Das war's wirklich komplett. Das war's wirklich komplett. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020